Hallo, ich bin Oliver und du hast offensichtlich meinen Kurs zum Thema H5P gefunden. Das ist eine Software, an der ich mitwirke, aber wenn du überhaupt keine Ahnung hast, was das ist, genau dann bist du hier gut richtig, denn ich fange ganz vorne an. Ich erzähle, wo kommt das her, ich erkläre ein bisschen, was man damit machen kann und ich zeige auch ganz viel, wie das praktisch geht. Wenn du H5P schon kennst, ist das aber auch nicht schlimm, denn es gibt noch mehr in diesem Kurs und du springst einfach an die Stellen, wo du sagst, okay, das könnte was für mich sein und machst dann damit. Mitmachen heißt sie tatsächlich, es gibt immer ein paar Aufgaben, die du bearbeiten kannst für dich und es gibt auch immer den Versuch, dich anzuregen, mit anderen zu diskutieren und sich auszutauschen zum Thema H5P, weil man da auch ganz viele Sachen lernen kann, die ich jetzt über Videos und Aufgaben und Texte und so gar nicht liefern kann. So, also das erwartet dich groß, also viel Buntes um H5P und wenn du Lust hast, dann schaust du einfach rein. Ich würde mich freuen!